Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hast du in deinen Fahrstunden Probleme mit dem Schalten und landest öfters in einem falschen Gang, dann liegt das eigentlich immer daran, dass deine Handhaltung beim Schalten falsch ist. In diesem Video erkläre ich dir, wie du den Ganghebel richtig verwendest, damit du in deiner nächsten Fahrstunde weniger Probleme hast. Als erstes schauen wir uns an, wie der Ganghebel aufgebaut ist. Du hast eine Gasse, die von links nach rechts geht und drei Gassen, die von oben nach unten gehen. Mit Rückwärtsgang sind es vier. Das Besondere an der Gasse, die von links nach rechts geht, ist, dass sie einen Mittelpunkt hat, an den sie immer fallen möchte. Dieser Mittelpunkt ist der Leerlauf. Der Mittelpunkt befindet sich zwischen dem dritten und vierten Gang. Wenn du in den dritten Gang möchtest, nutzt du diesen Mittelpunkt immer aus und lässt ihn einfach nur mit der Handfläche nach vorne fallen. Für den vierten Gang machst du das gleiche, nur mit den Fingerspitzen nach unten. Der zweite und der erste Gang befinden sich links vom Mittelpunkt. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du in den Rückwärtsgang kommst. Der ist im Normalfall durch eine Sperre geschützt. Deswegen drückst du, wenn du in den ersten Gang möchtest, den Ganghebel einfach mit deinen Knöcheln nach links und schiebst ihn danach nach vorne. Achte dabei darauf, dass du ihn nur mit den Knöcheln verwendest und umklammere ihn nicht mit dem Daumen. Das verhindert, dass wenn du mal überfordert bist, du in eine andere Richtung Kraft ausüben kannst. Wenn du vom ersten in den zweiten Gang schalten möchtest, lege wieder nur deine Knöchel an, drücke sanft nach links und ziehe den Ganghebel nach unten. Du musst dabei keinen Umweg über den Leerlauf machst, kostet das nur mehr Konzentration und dauert länger. Falls du das Problem hast, dass du manchmal, wenn du in den zweiten Gang möchtest, im vierten landest, liegt das daran, dass du zu schwach nach links drückst. Wenn du vom zweiten Gang in den ersten möchtest, ist es die gleiche Bewegung, nur eben nach oben. Drücke also den Ganghebel wieder sanft mit deinen Knöcheln nach links und schiebe ihn dann nach oben. Wenn du vom zweiten Gang in den dritten möchtest, nutze den Mittelpunkt aus. Lasse dafür den Ganghebel einfach nach vorne fallen. Lege dafür deine Hand um, sodass nur die Handfläche gegen den Ganghebel drückt. Durch den Mittelpunkt landest du immer im dritten Gang. Falls du hierbei das Problem hast, dass du manchmal im ersten oder fünften Gang landest, liegt das daran, dass du seitlich Druck ausübst. Entweder, dass du leicht nach links drückst und ihn deswegen davon abhältst, in den Leerlauf zu fallen, oder dass du stark nach rechts drückst und ihn dabei in der Mittelgasse gleich weiter nach rechts schiebst. Am besten klappt es, wenn du hierbei wirklich sehr locker ohne Seitendruck schaltest. Wenn du vom dritten Gang in den zweiten zurück möchtest, legst du als erstes deine Hand um, sodass du wieder mit den Knöcheln anlegst. Dann drücke den Hebel nach links und ziehe danach nach unten. Sobald der Ganghebel in der mittleren Gasse ist, springt er dann nach links und du kommst in den zweiten Gang. Landest du hier öfters im vierten Gang, liegt das daran, dass du entweder zu schwach nach links drückst oder erst nach unten ziehst und dann nach links drückst. Dabei verfehlt man die mittlere Gasse gerne mal. Wenn du vom dritten in den vierten Gang möchtest, lege nur deine Fingerspitzen an den Ganghebel und zieh ihn danach nach unten. Er fällt dann einfach in den vierten. Fehler sind dabei, dass du den Ganghebel dabei umklammerst und dadurch Druck nach links oder rechts ausübst und deswegen im zweiten oder sechsten Gang landest. Wenn du vom vierten Gang in den dritten Gang möchtest, drückst du einfach den Ganghebel mit der Handfläche wieder nach vorne. Auch hier ist es wieder falsch, wenn du den Hebel umklammerst. Dadurch könntest du ihn in den ersten oder fünften Gang drücken. Wenn du vom vierten Gang in den fünften Gang möchtest, hänge deinen Daumen ein und drücke nach rechts. Danach schiebst du ihn nach vorne. Dadurch springt er dann in der mittleren Gasse nach rechts. Alternativ kannst du den Ganghebel auch erst vorsichtig in den Leerlauf fallen lassen, danach nach rechts drücken und nach vorne schieben. Du musst nur aufpassen, dass du ihn als erstes nicht zu weit nach vorne schiebst, dass du schon im dritten Gang bist. Fehler entstehen hier, wenn du zu schwach nach rechts drückst und dadurch im dritten Gang landest. Wenn du vom fünften Gang zurück in den vierten möchtest, legst du einfach deine Fingerspitzen wieder an den Ganghebel an und ziehst ihn dann locker nach unten. Er springt dann von alleine in den vierten Gang. Du darfst ihn hierbei auf keinen Fall nach links drücken. Dadurch drückst du ihn dann in den zweiten Gang. Das passiert durchaus öfters. Vom fünften Gang in den sechsten. Einfach wieder den Ganghebel mit deinem Daumen nach rechts drücken und dann nach unten ziehen. Fehler sind dabei, dass du zu schwach nach rechts drückst und dabei im vierten Gang landest. Vom sechsten Gang Gang in den fünften einfach wieder nach rechts drücken und dann nach oben schieben. Auch hier ist der Fehler wieder, dass du zu schwach nach rechts drückst und dadurch im dritten Gang landest. Wenn du in den Rückwärtsgang möchtest, kannst du bei einem VW den ganzen Ganghebel einfach nach unten drücken. Danach kannst du ihn weiter nach links schieben und wenn du ihn dann nach vorne schiebst, landest du im Rückwärtsgang. Wenn du aus dem Rückwärtsgang wieder hinaus möchtest, zieh den Ganghebel einfach mit den Fingerspitzen wieder zu dir her. Er fällt dann von alleine in den Leerlauf. Du kannst diese Schaltvorgänge auch sehr gut in dem Auto von deinen Eltern im Stand als Trockenschaltübung üben. Denk nur daran, der Motor darf dabei auf keinen Fall laufen und die Handbremse muss angezogen sein, dass dein Auto nicht wegrollen kann. Solange das Auto aber fest steht und der Motor ausgeschalten ist, kannst du dort Schalten üben. Versuch dann während den Übungen nach vorne zur Windschutzscheibe hinauszuschauen, damit du dir nicht angewöhnst, während dem Schalten nach unten auf den Ganghebel zu schauen und schalte dann blind in die einzelnen Gänge, so wie ich es dir erklärt habe. Es ist auch sehr sinnvoll, wenn du dabei immer wieder die Hand ans Lenkrad legst, damit du die Bewegung wirklich so übst, wie sie auch während der Fahrt ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir damit für deine Fahrstunden weiterhelfen. Wenn du noch Fragen rund um das Thema Autofahren lernen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, gute Fahrt!